Ich kann nicht sagen, dass das böse Hund sein wird. Man sieht doch schon an der Art, dass die Hund sich bewegt, oder? Nee, nicht. Aber das ist der Witz, dass sie... Das erträgt sie jetzt, weil die Jane hier ist ja aufgewachsen und die Jane hat sie dann halt auch für die Kindsproduktion. Die weckt sie ja auch immer hier. Naja, sie will sie beschwichtigen. Aufregungssinnung! Aufregung pur! Aufregung!